...geschafft. Ich wagte nicht daran zu glauben, aber... ...Sie haben herausgefunden, Leland. Wir sind eigentlich quasi richtige Random-Sind-Zombier. Ja, wir spielen nie zu anderen Filmen. Wir haben uns extra im Übrigen noch von Treyarch den extra schweren Schwierigkeits-Modus reinpatchen lassen. Moin, meine... Verfluchte Scheiße. So, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary auf meinem Kanal. Eine Rundliche Herrschaft auf Nuketown ist mal wieder angesagt. Hier 6 gegen 6. Und ja, ich spiele mit der MSMC. Langer Lauf. Und ich mag jetzt hier eine Weiterung, glaube ich. Ey, Leute! Was geht? Elotrix ist hier und so. Und jetzt nehmt erstmal euern Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Ja, ihr seht schon wieder. MV2 ist angesagt. In letzter Zeit dödel ich ja viel MV2 raus. Woran das wohl liegt, wird wohl vielleicht daran liegen, dass es das beste Call of Duty seit der Erfindung des Schnitzboots... Meiner Meinung nach ist... Äh... Was geht YouTube? Marcel zu dem Scorbchen ist auch am Start. Hier einen kleinen Schnitt, okay? Okay. Äh... Wo es Leute hier ist? Freak ist! Back! Und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt begrüßen zu einem neuen Live-Com... Also ich werde dann gleich noch live spielen. Hört ihr zu einem neuen Live-Com... Live-Com... Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Hallo Leute, ich bin der Benni und da haben wir von den 2 Epic Buddies zu einem neuen Video von uns. Und heute geht es weiter mit der Serie Top 5... Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Hallo? Kann mich irgendjemand aus meinem Team hören? Hallo? Und herzlich willkommen... 2... 1... Black Ops 2 Live-Session ist am Start. Ich habe einige Nachrichten bekommen, dass äh... Die alten Videos so ein bisschen fehlen. Das Live-Commentary-Feeling, wo die Videos mal 10-15 Minuten gehen. Oh shit! Moin moin, ihr geilen Schnittchen. Ja... 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 Heute gibt es endlich das Video, wo ihr alle so lange drauf gewartet habt. Oh Leute, HapticWash hier und ihr lasst jetzt einen verdammten Like da. Jeder einzelne von euch liked jetzt dieses Video. Für alle Freestyles, für alle Haptic-Tunes, für alle Videos, die ich bis jetzt gemacht habe. Und herzlich willkommen, mein Name ist Vektik. Heute zocken wir die Custom-Zombie-Map Ashish Cube Unlimited. Hallo und herzlich willkommen. Nach großem Wunsch... Spielen wir jetzt... Pink Panther sagt... Ich bin der Pink Panther. Ich habe gerade eben die Regeln erklärt. Wir befinden uns in Black Ops 2. Yo Leute, Brutus wieder am Start. Und heute gibt es für euch wieder ein chilliges Live-Kommentary. Wie hat er ihn? Oh Mann. Das erste Mal in der Hand. Ich muss... Sein Gesicht muss ich dabei sehen. Oh die Freude, die Freude, das gibt's nicht. Triple! Triple Nuklear Life! Jawohl! Triple Nuklear Life! Triple! Triple Nuklear Life! 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 Oh der Agent-907 Alter, der ist immer wieder was Besonderes. Agent, viel Spaß im dritten Video. Im dritten... Viel Spaß im dritten Video. Ja... Viel Spaß... Halt mich auf mich verarsen, Mann! MAAANN! DOOOOO, GOET Mann! Oh, du das Schluck! Schluck, Mann! Moin Moin meine aktiven Freunde, heute mal hier äh... auf einer anderen Location. Wir sind in Los Angeles, in Amerika. Juckt wahrscheinlich niemanden. Scheiße, euer Marcel ist dabei. Sag mal, hallo. Gut, das reicht. Carsten, sag auch mal hallo. Gut, das reicht auch. Tod, einzertüppeln. Ey, ich hab das gegen... Fuck, Alter. Ich hab den Controller gegen den Glasschrank geworfen. Fuck, Alter, Leute. Gleich kommt meine Mutter rein, aber hundertprozentig. Ich hab mich auch gerade, Digga. Oh mein Gott, nein! Das spawned direkt hinter mir! Eklig, Digga. Weil so ein Mist geboten, einfach so eklige Wächterstellen, Mann. Das ist gar nicht so kippen auch nicht mal, ne? Sollte euch das ganze Format gefallen haben, dann könnt ihr doch mal den Like-Button vergewaltigen, als wenn das eure Freundin wäre, also auf zärtliche Art und Weise, das ist klar. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wieder schauen und reingehauen. Das ist gar nicht so kippen. Das ist gar nicht so kippen. Alles gut, das ist gar nicht so kippen. Das ist gar nicht so kippen. Vielen Dank.